Erstmal ist es natürlich Vorfreude, dass es endlich losgeht, weil Vorbereitung hat nicht jeder immer gern, aber es geht einfach los, das ist die Vorfreude, du bist noch ein bisschen konzentrierter wie wahrscheinlich die Wochen jetzt und der Ernst kommt vielleicht wieder ein bisschen mehr zurück, wobei der eigentlich schon die ganze Zeit da war, weil wir wissen, dass wir eine gute Rückrunde spielen müssen oder nicht, aber wir haben uns das selbst vorgenommen, eine bessere Runde zu spielen, gerade an diese Spiele anzuknüpfen, wo wir am Ende der Vorrunde aufgehört haben. Und dazu gehört es schon, dass wir nochmal einen Tick zulegen.